Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vor uns liegt das Samsung Galaxy Note 3 und in diesem Video wollen wir uns mal eines Problems annehmen, das wirklich sehr, sehr uncool ist. Und zwar geht es um die vorinstallierten Favoriten im Stockbrowser, Internet und im Chromebrowser. Was heißt das? Wir haben, ich gehe mal kurz ins Internet, dann schauen wir uns das an, hier oben die Möglichkeit den Verlauf und natürlich die Lesezeichner aufzurufen. Vorinstalliert, das heißt, wenn ihr noch nichts macht, gibt es hier drei. Das Ganze zeige ich euch mal kurz in der Listenansicht, das könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Samsung Home, Yahoo und Benutzerhandbuch. Nehmen Platz weg, stören und sind wirklich nicht so interessant, als dass man sie behalten müsste, also möchte man sie löschen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Ganze einfach festhalten und dann auf Löschen klicken. Dann ist das Ganze auch gut. Allerdings funktioniert das nicht bei allen. Bei Samsung Home beispielsweise gibt es dieses Löschenfenster einfach nicht. Der alternative Weg wäre dann, über Einstellungen bzw. Menü auf Löschen zu klicken, aber auch das ist nicht möglich. Das heißt, Samsung Home und Benutzerhandbuch sind hier und können einfach nicht gelöscht werden. Ärgerlich, extrem uncool. Ich habe mal mit dem Samsung Support telefoniert und auch dort war man ein wenig überrascht und hat gesagt, nö, keine Chance, können wir leider nichts ändern. Das heißt, da müsst ihr euch mit abfinden. Es gibt wenigstens im Chrome Browser eine Lösung. Wenn ihr diesen benutzt und ein neues Fenster, ein neues Tab öffnen möchtet, habt ihr hier unten ja die Möglichkeit, zu den Favoriten zu gehen. Das heißt, natürlich auch zu den Lesezeichen. Hier sind Samsung Home und Yahoo ebenfalls vorinstalliert und wenn man das festhält, auch hier kann man nichts löschen. Es kommt einfach nur diese Meldung im neuen Tab, im Incognito Tab öffnen oder zum Startbildschirm hinzufügen. Aber hier gibt es Hoffnung. Ihr könnt ganz einfach rausgehen, geht dann in die Einstellungen, geht zu Allgemein, geht zum Anwendungsmanager, Verzeihung, und wechselt dann rüber zu Alle. Dort scrollt ihr dann runter, bis ihr zum C kommt und hier gibt es dann diesen Punkt. com.android.providers.partnerbookmarks. Dort klickt ihr drauf, klickt dort auf Deaktivieren, dann kommt noch so eine Meldung, es könnte was nicht funktionieren. Ihr klickt auf OK und jetzt schauen wir einfach nochmal in den Chrome Browser. Ich schließe ihn einfach mal, wir gehen wieder rein, Chrome, jetzt sind sie noch da und zack, verschwinden sie. Das heißt, ab sofort habt ihr keine Probleme damit mehr. Ihr könnt einen neuen Tab öffnen und wenn ihr zu den Favoriten bzw. den mobilen Lesezeichen schaut, weg sind sie. Ist ja eine Möglichkeit, das Ganze zu deaktivieren. Ihr könnt sie natürlich wieder aufrufen, wenn ihr sie doch mal haben wollt. Und zwar geht ihr einfach wieder zurück in den Anwendungsmanager und geht dann rüber zu Deaktiviert. Dort könnt ihr das Ganze dann direkt wieder aufrufen, aktivieren und schon hat sich das erledigt. Dann habt ihr sie wieder, warum auch immer ihr sie wieder haben wolltet. Also, beim Chrome Browser könnt ihr das Ganze löschen, beim Stock Browser, bei Internet habt ihr leider keine Wahl. Vielleicht wird Samsung das mit irgendeinem Update beheben, denn ich finde es wirklich extrem nervig, aber ich kann es euch nicht versprechen. Das war auf jeden Fall die Lösung zu diesem Problem. Ich danke euch für eure Zeit, hoffe ich konnte ein bisschen was helfen. Übrigens läuft ja der Winterbonus noch, das heißt, wenn ihr euch jetzt einen Galaxy Note kauft, die Aktion wurde verlängert bis 1. Dezember, dann könnt ihr noch 100 Euro sparen bzw. 100 Euro zurückbekommen. Ein Video dazu habe ich euch schon gedreht, schaut es euch an, wenn ihr mehr wissen wollt. Das war es von mir, vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.